ach so du hast selber noch eins ich dachte meinst im pokédex ja krass ah du spielst die normale sonne ok ja ja was 92 encounter gleicher tag wie pediza warte als ob in gen 4 als ob als ob zweistellig what the fuck ach du scheiße katze das ist gerade nicht passiert das ist gerade nicht passiert junge holy shit ein doppelter goldner am gleichen tag wie gesagt krass 92 scheiß die wandern kleinstein das ist übel ok und es ist sogar das was ich mir gewünscht habe das ist gut ok bälle wie fangen wir den jetzt ich werfe mal ein pokéball ich mache einfach mal nix so das wäre ja auch zu leicht gewesen wir haben noch ein paar bessere bälle also ok so dann nochmal wir haben ein paar runden zeit bis er verzweifler macht wir haben auch noch ein paar bälle alles gut finster ball könnte ich machen 92 alter 92 und das war knapp das betit war schon voll geil das kam ja auch bei 1600 oder so keine ahnung weiß schon gar nicht mehr so lisa das könnte lustig werden alter der mag mich nicht was mache ich jetzt zum glück kann er sich nicht in die luft springen bin wieder da wb guck mal ich habe gerade ein shiny getroppt was 92 jup bei 92 encountern alter bei der chance von 1 zu 8000 junge das ist das ist mein zweites gen 4 shiny heute ich bin zurück im business leute ich sag's euch es ist so geil es ist so scheiße gut gleich mal speichern ich raste aus möchtest du den kleinstein einen spitznamen geben nein ich möchte sofort speichern danke das heißt ich muss jetzt zwei shiny parts machen ich möchte jetzt den kleinsteinsten damit das können das ist das ist nicht